Übertragung an Prana. Prana, ich habe gestern Abend Scheiße gebaut. Wir waren da in Trinken und ich habe mich wieder mal kritisch gegenüber der Partei geäußert. Aber Scheiße, da waren welche da. Die haben es mitbekommen. Und habe gesagt, dass sie mich jetzt holen kommen. Scheiße, ich bin jetzt schon im Unterschlupf A. Und versuche hier wegzukommen, aber ich glaube, sie werden mich finden. Irgendwie scheinen sie mich verwandt zu haben. Verdammt. Nein. Prana? Alles, was ich noch mitnehmen konnte, war das Messer hier. Scheiße. Ich glaube, damit werden sie mich auf die Insel bringen. Prana. Ich habe so einen Scheiße gebaut. Die werden mich nicht kriegen, das lasse ich nicht zu. Mann, wo bin ich jetzt hier? Raum 75. Oh, verdammt. Eher gehe ich drauf. Scheiße, ich höre sie. Ich höre sie. Ich glaube, da kommen sie. Prana. Sie werden mich nicht kriegen. Prana. Da sind sie. Aaaaaaah!